Du hast Schmerzen im Gesäß und leidest an einem Piriformis-Syndrom? Mit unseren zehn besten Übungen kannst du den Muskel entspannen und wirst rasch wieder schmerzfrei. Aus dem Seitstütz wird bei dieser Übung das obere Bein abgespreizt. Als weiteres Übungserschwernis dient hier ein Rubberband, das über beide Knie gespannt wird. Drei mal zehn Wiederholungen pro Seite sorgen für einen ausreichenden Trainingsreiz. Beim Bridging auf dem Kasten wird die große Gesäßmuskulatur zusammen mit den Abspreizern in der Hüfte trainiert. Hierfür dient das Rubberband, was über die Unterschenkel gelegt wird, was einen größeren Widerstand beim Auseinanderspreizen der Beine erzeugt. Dreimal 20 Wiederholungen sind bei dieser Übung ausreichend. Die Dehnung der Wadenmuskulatur, bei der nach einem langen Ausfallschritt nach hinten die Ferse auf den Boden gedrückt wird und die Hüfte nach vorne geschoben wird, dient der Entspannung der hinteren Beinmuskulatur von der Wade über die hintere Oberschenkelmuskulatur bis zum Gesäß. Für die Dehnung der tiefen Wadenmuskulatur wird das zu dehnende Bein im Kniegelenk gebeugt. Das Fersenbein hält weiterhin Kontakt zur Unterlage. Durch ein weiteres Beugen des Kniegelenkes und ein Absenken des Gesäßes entsteht eine Dehnung in der tiefen Wade, die wie bei der Übung zuvor für 20 Sekunden gehalten wird. Die Dehnung der Oberschenkelrückseite dient ebenfalls der Entspannung der rückwärtigen Beinmuskulatur, die bis in das Gesäß hinein reicht. Durch das Vorneigen des Oberkörpers bei gestrecktem Bein wird die Dehnung in der Oberschenkelrückseite erzeugt und für 20 Sekunden gehalten. Mit dieser Übung wird die komplette hintere Muskelkette von der rückwärtigen Beinmuskulatur über das Gesäß in die Wirbelsäulenmuskulatur hinein gedehnt. Es reicht, wenn Sie diese Position für 20 Sekunden halten. Mit der tiefen Hocke werden zwei entscheidende Muskeln beim Piriformis-Syndrom gedehnt. Zum einen die tiefe Wadenmuskulatur und zum anderen die Gesäßmuskulatur und der untere Rücken. Hierdurch findet eine Entspannung der schmerzenden Region statt. Man kann die Übung, wenn man problemlos in die Position gelangen kann, für mehrere Minuten halten. In Rückenlage und mit gebeugter sowie außen rotierter Hüfte kann der Piriformis-Muskel selbst gedehnt werden. In der hier gezeigten Position wird zusätzlicher Druck mit der rechten Hand auf das rechte Kniegelenk gegeben, um die Dehnung zu verstärken. Die Position sollte wenigstens 20 Sekunden gehalten werden. Bei dieser Dehnung des Piriformis handelt es sich um die wohl effektivste Methode, den Muskel zu entspannen. Es handelt sich hier um eine Abwandlung der Yogaübungen. Die Taube, die besonders starken Zug auf den Hüftaußenrotatoren ausübt. Die Übung wird für 20 Sekunden auf jeder Seite gehalten. Für die Behandlung des Musculus Piriformis mit dem Massageball muss das Hüftgelenk angebeugt und nach außen rotiert werden. Nur so ist der Piriformis-Muskel entspannt und kann durch die Druckpunktmassage weiter detonisiert werden. Hierfür sind kleine Vor- und Zurückbewegungen oder kreisende Bewegungen auf dem Muskel für etwa eine Minute sinnvoll. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh Dir doch die langen Version dieses Filmes an. Dort kannst Du sehen, wie ich in meiner Praxis derartig Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn Du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und Dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, Dein Lauf-Experte.